So ist es Neues Ründchen, neues Glückchen Ja, eine Granate hätte ich vorher gebraucht Ich lebe die Geschwindigkeit Ich habe sie so schein daherlaufen sehen Aber Ja Na jo Das ist euer Champion Na schauen wir mal Vielleicht werden wir jetzt Champions Ja Komm Mach ihn Wahnsinn, noch nicht Wenn es zu Ende geht, werdet ihr es merken Was wir dort haben Ja Jo Na dann Ich liebe diesen Teil Haha Nicht auf Schief Ehe nicht Wie viele kommen wir mit? Scheiße, nein Nein Ich bin jetzt da Ja Ja, komm schon Wie ist das Schiff angekommen, oder was? Ja, ich habe geschaut Wer, wo, wie, wann mitkommt Schon wieder so blöde Da Ja Ja Ich habe es schon gesehen Ja, ich habe es schon gesehen Da oben ist einer Oh, ich habe ihn Ja Wer hat es schon Ich bin, mal Ich habe ihn auch gerade noch gelassen. Dann ist er gerade auch reingelaufen bei der Tür. Nein, dann habe ich ihn nicht erwischt, Gott. Bist du vorher beim Skifahren gekommen, oder was? Hallo? Loki? Ich war im WC. Ok. Bist du beim Skifahren gekommen, weil du dort runtergekommen bist? Ja, ich habe mich von dir abgekapselt. Du hast gesagt, ich soll schauen. Ich habe geschaut und bin gleich ins Schiff geflogen. Warum hast du dich abgekapselt? Na so. Schon wieder. Da fliehen wir runter. Ja, wir werden es dort oder da hinfahren. Weiß ich noch nicht. Dann haben wir sie gleich zum Oktell. Nein, dort. Normalerweise gehen wir zuerst da hin oder da hin. Ok. Ja, weil da gehen auch welche sicher hin. Warte mal. Nein, wir haben sie da hin. Na was jetzt? Da. So. Eins. Hier geht da rein. Da ist der Gegner und eins Kurt geht mit. Aha. Hier geht da rein. So, zum Kommen. So, eins. Da drin. Oh, ich habe noch kein. Ich habe noch kein Schild. Da drin. Ja. Hin. Oh, ich habe noch kein Schild. Beide, beide, beide. Ja. Er braucht nicht mehr viel. Na. Ja. Passt. Passt. So, ich brauche unbedingt. Kannst du eine Heidrone her? Ja. Da ist ein vieles. Ja. Hier ist eine Optik. Für nahe Distanzen. Danke. Setze Heidrone ein. Oh, Alter. Da bin ich angegangen jetzt. Ah, Wahnsinn. Ohne Schild habe ich den, gell? Keine Schild gehabt. Gut gemacht. Du wüsstest nur das, Hänger. Ich will einfach nur hören, Alter, dass ich jetzt wohl der Motherfucker bin. Hehehehe. Er ist schon vielleicht kleinere Kinder auch zu. Na und? Da. Hier ist ein Rucksack. Stufe 2. Keine Storge. Ah, Rucksack habe ich ja. So, und jetzt gehen wir zur Optane rum. Warte kurz, warte kurz. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauchst du sowas? Nein. Flatline und Eltenade da habe ich. Gut. Ich habe schon. Ich habe Mastiff und 301. Nein, da ist niemand hergekommen. Das gibt es nicht. Nein, es waren ja nur vier Leute drin. Der andere Quad ist ja andere Seite. Ja, trotzdem. Komisch. Na, will er nicht. Hier ist, hier ist ein Maid. Hier ist eine Shit-Battorie. Ja, Matic-Kit habe. Shit-Battorie nehme. Nicht mehr. Da ist ein Mastiff, falls du brauchst. Nein. Violettes Schild in der Mitte. Ich habe es schon gesehen. Nein. Tut sonst noch irgendwas nach. Nein. Das ist. Ich habe es nicht erwischt. Warum nicht? Weil ich daneben spring. Eben. Hier ist eine Schildfälle. Hier ist dein erweitertes leichtes Magazin. Äh. Na, Schild sein nehme ich mal. Ich erwischt das Blödsinn nicht. Na, geh! Na, Gegner. Gegner, ja. Habt's gesehen. Hat's kein Schild mehr. Ja. Echt jetzt? Wo ist er? Ein Schuss. Da in der Ecke. Wo ist er? Da in der Ecke. Da in der Ecke. Wo ist er? Wo ist er? Was ist denn? Hinter uns. Ja. Komm schon, komm schon. Ich will was hören. Du spielst doch gerade mit dem Killspitzen heute. Wahnsinn. Sag's. Ja. Super. Toll. Schirmchen ausgeschaltet. Ich will da jetzt endlich das. Hab's schon. Na, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich mir jetzt schon lange zum Sorgen gemacht. Ja. Na was. So, passt. Gut. Gehen wir jetzt endlich weiter? Ja. Kommt ein Kehrpaket. Macht nichts. Interessiert mich nicht. Wir haben alles, was wir brauchen, oder? Na ja. Leichte Money hätte ich noch gerne ein paar. Na ja. Ein Schweißmagazin, etwa Stufe 2, 3. Das würde ich noch nehmen. Aber ich glaube, das kriege ich da auch aus, oder? Ja. Stufe 3. Da sind wir nach Hause. Na, das brauche ich nicht. Ah, den Rucksack geht sich gerade noch nicht aus. Da muss ich schnell da oben. Oder da oben, dann geht sich den Rucksack auch noch aus. Ah. Du hast nichts. Du brauchst nichts runterlassen. Nein, dabei nicht. Ich finde alles da unten auf dem Boden. Na, einen violetten Rucksack wirst du nirgends finden. Und einen violetten Helm auch nicht. So. Also hier war. Ausgerüstet. Also hier war. Ausgerüstet. Und hier war. So. Und hier war. So. 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 Wo sind's denn? So. 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 Ich gönne nur meinen Schilden eine Aufladung. 310. Ist doch wohl da nicht. Stufe 4. Nein, aber rot. Rot. Brauchst. Ah, habe ich. Ah, wie gesagt, da ist ganz viel Leichte. Ein schweres Magazin. Ich geh mir dann zu den Schüssen weiter. Wurscht, nehmen wir das. Scheißegal. Oder machen wir da drinnen? Nein, machen wir nicht. Schau mal rein. Wenn du willst. Offen ist eh alles. Ja. War niemand da. Wo? Kreis schließt sich gleich. Ja. Ja. Ach so, schweres habe ich ja eh schon. Den Platz haben wir ja rausgelassen. Alles offen. Todeskiste. Ja. Wurscht. Ich brauche nichts mehr. Hier ist deine Todeskiste. Hier ist deine Todeskiste. Wart. Wart. Wird nicht links geschossen. Nein, da ist die Zone schon. Geh, wo sind denn die? Wart. Ja, da vor uns. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Wo ist er? Da drin. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin tot. Wo? Einer ist drin, der andere ist links. Ich habe mich irgendwie nicht bewegen können. Ja, hinter dir. Nein, reicht jetzt? Das war Schrott. Ja, war nicht so schlecht. War ja eine gute Partie. Nein, ich habe mich auf einmal nicht bewegen können. Ich bin irgendwo stecken geblieben. Ich wollte einen Kaustik nachher, der ist dann irgendwo angepasst. Ich habe ihn nicht mehr mehr gefunden. Vor mir ist er gestanden, neben den Kisten. Der andere hat sich im Haus verschanzt. Und der ist vor mir gestanden. Vielleicht hat er mich irgendwie angesperrt, wegen der däpperten Gas. So, was ist mir? Auch nicht passiert. Möglich. Gas ist losgegangen und ich habe mich nicht bewegen können. Na. Das ist euer Champion. Wenn ihr zu mir haltet, halte ich zu euch. Das ist euer Champion. Habt ihr euch auf euer Ende vorbereitet? Der Monkey. Ja. Monkey ist Champion. Wenn du nichts dagegen hast. Echt? Oder willst du zum Touren? Nein, geht schon. Besser da her, meinst du? Ja. So. Eins. Ich bliege oben da mal. Eins, Kurt. Nein, ich bleib bei dir, ja. Gehen wir links rein. Ja. Schau mal in der Kisten. Ah, nicht an. Das bleibt bei mir, oder? So, oben. Ich habe keine Waffen. Ja. Schau unten rein, der will. Munition. Keine Waffe. Ja. Wo ist er? Weiß ich noch nicht. Oben. Da. Hielt ihr den eh nicht? Da. Da drin. Er brennt. Schild ist weg. Ja. Nein, hinter mir war auch noch wer. Gescheiß. Da kommt noch ein anderes Gord. Ah. Du wolltest ihm schlitzen. Ah. Nein, habe ich niedergeprügelt. Kann man mit Money nicht werfen? Nein, leider nicht. Ich habe so viel Money gehabt. Hey, Levelaufstieg. Na, siehst du. Schön. Schön, schön. So, nehmen wir noch einen Zaft holen. Ja. Action pur. Der heutige Tag. Action pur. Der heutige Tag. Nightcore. Na, spielst du ja mal mit einem gescheiten Spüler. Ha 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 ha. Ich brauche die Geschwindigkeit. Du willst dich nur bei meinen Zuschauern anschleimen, gah? Geh, geh. Ha 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 ha. Welche Zuschauer? Ha ha ha. Na ja. Den heut auf YouTube zugucken. ich glaube das ist strömen aufnehmer es geht nicht alles auf einmal weil ich dann wieder alles einstellen muss was du hast da wollen wir schon mal mehr machen dann springt jetzt mit der abhängerei mit der dritte eine reine markiert 4 Quatschke Warte, ja. Da ist wer. Ja, geh oben da gleich in die... Da, geh mal gleich oben. Da, da. Ich bin unten schon. Alter, der hat eine Granaten auf mich gehabt, der Trottl. Der killt mich. Ja, mir auch, bitte. So, warte kurz. Ach, Gott. Ja, jetzt kommt die Zeit, wo's alle aktiv sind. Was? So, geh, jetzt kommt die Zeit, wo alle so aktiv und aggressiv sind. Na ja, eine Kugel hat der Zweite noch gebracht, aber ich habe ihn nicht gekriegt. Der Zweite halt leider nicht mehr. Ja, 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 ja. Wie war das? Ich spiel mit einem guten Spüler, oder was? So, so, hallo. Du hast gefällt jetzt. Ja, ich bin hinter dem Blatthond her. Alles kann ich auch nicht allein machen. Du bist auf dem Dach gelandet, und ich bin gleich hinter dem Blatthond. Eingegangen. Aber der hat diese pickende... ...granaten auf mich. Ja, das pickende Granaten hat er auf mich gehauen. So, da war ich dann gleich weg. Da war ich weg. Mhm, 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 mhm. Ich darf vorstellen, euer Champion. Sox. Tut mir leid. Was? Wer was denkt? Nix. Du wüsst sicher was so. Na. Da kann man die Map scannen, und Gegner dort sehen, gah? Okay. Ich gehe da rein. Ich erkunde da drüben. Ich schaue... Ein Squad kommt mit. Ja. Ich gehe mit dir mit. Ja, ist schlecht. Warum? Weil es da nie viel gibt. Na, geh dir. 300 Anze wüsste ich nicht. Geh dir. So. Im Turm. Von mir können wir auf die Jagd gehen, ja. Im Turm. Ja. Na, da vorne. Echt jetzt? Das gibt's nicht. Wo bist du denn so lang? Alter. Wo warst du denn jetzt? Der Nix. Nein. Ich war hinter dir. Der hat mir Hedgehot verpasst. Jo. Hm. 25 Schaden, glaube ich. Aber du warst... Weit hinter mir jetzt. Nein. Nein. Ich war hinter dir. Ich war hinter dir. Ja. Undere Sitzposition einnehmen. Der hat mal einen Hedgehot verpasst. Die Bindern gleich klingen. No. Nö. Jo. Sox. Komm. Sox. Gips. Ich habe mal gute Tage und schlechte Tage. Was dieses Spiel betrifft. Passt auf. Vielleicht lernt ihr dann das eine oder andere. Ja. Ich darf vorstellen, euer Champion. Besucht die Casa de Octane für ein Cerveza. Ciao. Herr Jumpmaster. Hm. Wir werden wieder dort hingehen. Ich sage vor, wir landen hier. Jo. Es sind immer noch genug Kletter, herr. Ja. Das hier könnte ein guter Landkampf sein. Bereit machen. Es geht los. So. Da da. Wir gehen ins mittlere Haus. Ja. Unter uns. Die schauen aber Macke. Nein. Da her. Sonst schauen... Bist du ins erste Geh? Ja. Ich glaube, jetzt ist niemand mitgekommen. Okay. Schade. Ja. Hier ist ein Evo-Sin. Unde eins. Staufe-Ring-Countdown. Hier ist ein Elektrogewehr. Ihr müsst euch an mein Tempo anpassen, um es zum nächsten Wind zu schaffen. Gehen wir hierüber. Unten bist du schon. Ja. Wir werden mal nach oben fertig. Ja, wir wollen dann... Da schauen. Wir wollen dann zur Boa-Insel rummischauen, gell? Hm. War toll. Wo ist das jetzt noch? Vielleicht gibt es da lang was Gutes. Ja, den schüttel hab ich gar. So, was hab ich denn jetzt? Außer Scheisse, Scheisse. Ich bin unterwegs. Ja, hab dich gesehen. Ich wollte das nur sagen. Ja. Wahrscheinlich kein Tod mehr. Ja, da ist ein Todeskist. Dort hab ich Gegnersen gesehen. Ja, sind immer noch da drin. Draußen. Ich hab dich eingeprätselt. Ja, hab's mitgekriegt. Ah. Ah, Loch. Ja, Alter, was ist mit Regner jetzt? Ja, ja, der dran durch halt. Oder jetzt. Ich mag die Scheisse schon halt nicht. Na ja, ich hab auch keine Waffen gehabt. Was soll ich? Oh ja, ist heute so.